Interview und Analyse zum vierten Rennen. 14 Räder, ein Auftakt in die Super 76 WC und da quasi zwei Pferde aus Oberösterreich am Ablauf. Kommen beide von den Besitzern, aber Rocco Venus hat jetzt nicht die besten Formen zur Hand. Einige Leistungen davon haben aber nicht so schlecht gefallen, zumindest, dass es hier für einen Sieg reichen könnte. Siehst du das auch so? Ja, er muss glatt laufen, es ist ein sehr schnelles Pferd, es ist ein schwieriges Pferd, aber wenn er glatt über den Parcours läuft, hat er immer eine Chance zu gewinnen. Die Tramade-Best-Dieners, auch kein gutes Formenbild, aber auch bei ihr denke ich mir, wenn die Fehlläufer erläuft, hat die durchaus Chancen, möglicherweise auch auf einen Sieg? Auf jeden Fall glaube ich schon, weil der hat ein bisschen Pech gehabt, Dominik ist zweimal am Start weggesprungen und wenn sie glatt läuft, kann sie sicher auch so ein Rennen gewinnen. Und hier, bei dir zurück, wenn du die Wechsel рядом auch mal ein Schuss gemacht hast, sollst du können? Vielen Dank.